Tierheime und Straßentiere stehen im Winter vor extremen Herausforderungen. Sinkende Temperaturen, knappe Nahrungsquellen und ein schwaches Immunsystem, das sie anfällig für Krankheiten macht. Besonders im Winter sind Tierheime überfordert. Sie brauchen dringend Futterspenden, um das Überleben der Tiere zu sichern. Der Veto-Spenden-Marathon 2024 unterstützt 40 Tierheime in ganz Europa mit Futter und medizinischer Hilfe. Deine Spende rettet nicht nur Leben. Sie hilft den Tierheimen, auch langfristige Maßnahmen wie Kastrationsprogramme durchzuführen, um zukünftiges Leid zu verhindern. Hilf uns, das Leid der Straßentiere zu lindern. Spende jetzt und masse einen Unterschied.